Schock für alle Shoppingfans, jetzt soll einer der größten Shoppingtempel pleite sein. Jeder kennt es, es ist ein echtes Wahrzeichen der Stadt, wahrhaftig schon eine Touristenattraktion, ein Must-See. Doch Ruhm bringt anscheinend nicht genug Geld, denn der Insolvenzantrag soll bereits kommende Woche gestellt werden, informiert das Wirtschaftsmagazin Capital. Gesprochen wird hier vom Berliner Luxuskaufhaus KDW. Denn nach der Pleite des Aktieninhabers Signa Prime Selection AG soll jetzt auch das KDW in Gefahr sein. Der Aktieninhaber hält 49,9% an der KDW Group. 50,1% gehören einem thailändischen Milliardär. Der FAZ zufolge könnte es dazu kommen, dass dieser nun seine Anteile erhöht. So wäre das Traditionskaufhaus gerettet. Bisher steht aber noch nichts fest.